Hast du Angst vor Geister? Der Stimmverzerrer ist gerade aus, oder? Ja, okay. Aber trotzdem, Ladies und Gentlemen, jede Nacht man sieht auf einmal einen Schatten, man hört irgendwelche Geräusche und denkt sich, ist das etwas Paranormales? Sind das Geister? Ist es das Unglaubliche? Und Ladies und Gentlemen, genau um so einen Fall kümmern wir uns heute, denn wir haben ein neues Video, ja? Eine junge Dame hat nämlich zugesendet und geschrieben, dass ihr Sohn nachts nicht aufhört zu wachsen und immer größer wird, größer wird und aussieht wie eine absolute Dämonenfigur. Und wir kümmern uns heute um genau dieses Problem von Candice, deswegen, Leute, lasst ein Like, das schaffen wir. Um dieses Video noch gruseliger zu machen, 6.666 Likes. Heute werde ich keine Angst haben, let's go, so! Oh, hä? Was? Was, da, die Knochen passen nicht mehr in seine Haut? Was? Yo! Ich, ähm... Ah, sowas blödes, ich, äh, wir haben 3 Uhr nachts, ich, na, ich hab noch Wäsche, ich muss Wäsche in den Ofen, ähm, weil, da ist wichtig, ähm, dass die trocknet. Leider kann ich das Video nicht angucken. Ja, leider, ja, äh... Okay, let's go! Okay, das ist Candice. Okay, irgendwas stimmt mit ihrem Sohn nicht. Er redet nicht mehr mit ihr. Und er kann nicht aufhören zu wachsen, das, was ich gesagt habe. Er passt nicht mehr in seine Klamotten. Was? Er reißt seine Haare raus? Okay, wie gewohnt, jetzt haben wir ein Video. Was? Ja, äh, das, ähm... Ja, ah, die Wäsche. Ah, da, die Waschmaschine kommt doch glatt nochmal. Da muss ich leider die Wäsche rausholen. Leider kann ich heute das Video nicht anschauen. Sorry! Okay, okay, die Regie hat gesagt, wenn ihr wollt, dass ich das Video weitergucke, Alter, und mich komplett in Windeln nass macht, müsst ihr ein kostenloses Abo lassen. Wenn ihr unter euch abonnieren rot leuchtet, klickt drauf, dann gucke ich's an, okay, ich hab Angst. Ey, ich schaff das ohne euch nicht, okay, Leute? Unterstützt mich zusammen, schaffen wir das. Abonniert und dann machen wir das, okay? Okay, dann traue ich mich. Ich traue mich ohne euch nicht. Ich mein's ernst, ich traue mich nicht, okay? Beide Damen und Herren, okay, es geht los. Wir sind bei Candice, ihr Haus. Das ist Candice, hallo. Hä? Ähm, Candice? Ja? Okay, irgendwas stimmt mit der nicht. Okay, irgendwas, geh nicht rein. Bruder, Rückzug, wir gehen jetzt nach Hause. Wir fahren, steigt ins Auto ein. Okay, er sagt, bist du bereit? Die gehen jetzt schon ins Zimmer von dem Typen. Tommy heißt der, okay, wir gehen ins Tommys Zimmer. Es geht direkt los. Oh nein, 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 nein. Tommy, du bist nicht da. Gut, wir können heimgehen. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Er singt, oh. Was? Irgendwas stimmt da gar nicht. Er singt einfach voll gruselig. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Er sagt, kannst du dich umdrehen, damit wir vom Gesicht zu gehen? Okay, Jungs, rennt. Oh mein, yo, nee, ich, nee, 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 nee. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jungs, geht doch bitte. Oh Gott, wie können die da immer noch drin bleiben? Wie gesagt, Tommy, wird es nicht gefallen, dass ihr Kameras aufgestellt habt. Wir gehen schlafen. Nein, sie gehen schlafen. Jetzt geht das wieder los, ey. Die gehen trotzdem schlafen, obwohl der so rumläuft. Alles klar, die haben Kameras aufgestellt und beobachten jetzt Tommy. In der Nacht. Einfach so. Kein großes Rumgerede. Einfach Jalla Abfahrt. Bruder, was ist bei euch los? Ich bin... Okay, das ist Tommy. Tommy kann schon mal seinen Kopf um 180 Grad drehen. Erst dieser andere Zauberer. Ich habe Angst vor Tommy. Okay, alles noch. Jetzt wird nichts passieren. Tommy ist nur ein bisschen schnupfen. Oh, oh. Hä? Komische Geräusche. Okay. Die Mutter liegt einfach nur da. Tommy... macht irgendwelche... Hä? Au! Dem seid ihr... Habt ihr das gesehen? Der... Der... Was? Der ist riesig geworden gerade. Beine, Arme, alles... Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Ey, das ist das Gruseligste, was wir bis jetzt angeguckt haben. Er... Ist irgendwas? Oh mein Gott, Digga. Oh Gott, ist das... Ey, ich kann nicht hingucken. Ich schwör. Ich kann nicht... Digga. Ah! Das ist das Gruseligste. Okay, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Er geht durch die Tür. Er geht durch die Tür. Oder ich kann nicht gar nicht... Ein bisschen, doch nicht. Okay, Tommy. Tommy ist weg. Gut. Tommy ist wieder da. Nix gut. Gar nix gut. Alle, Mayday. 110, Polizei. 911. Tommy geht zur Mutter rein. Digga, die Arme und Beine, Junge. Okay, Tommy. Was hat Tommy vor? Tommy macht komische Geräusche. Tommy geht zu Candice. Okay, er saugt irgendwas aus Candice. Okay. Nein. 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 Er saugt irgendwas aus Candice. Ja. Alles klar. Na, okay. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Ich. Candice liegt mit offenen Augen, offenen Mund da. No Sex schuld. Alles klar. Gut. Und Tommy dreht seit... Ja. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Nee, jetzt ist nee. Jetzt ist Abfahrt. Ich packe mein Zeug. Nee, geil. Nö, ich bleibe hier nicht mehr auf dem Planeten. Nicht mehr in diesem Haus. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich nehme alles mit, was ich brauche. Ich komme nicht mehr zurück. Bruder, ich kann es ja verstehen. Die Mutter, das ist die Mutter von dem Sohn. Die ist, der geht es auch nicht mehr gut. Mit der stimmt was nicht. Natürlich bleibt die in dem Haus. Aber die anderen zwei Boys, bitte geht doch. Guckt die Aufnahmen an und geht bitte. Oh Mann, die werden bestimmt wieder eine zweite Nacht bleiben, weil sie es nicht checken. Oh nein, Jungs. Okay, so. Okay, die klopfen bei Candice. Das ist am nächsten Morgen oder so. Ich weiß nicht. Bei ihr ist es hinten. Okay, irgendwas ist an ihrem Körper da, wo dieser Typ ausgesaugt hat. Sie sagt, Tommy, was? Er sagt, nein, es ist Chester. Er sagt, wir müssen raus, es ist morgens. Hä? Was? Sie kann nicht mehr laufen? Was? Ihre Beine funktionieren nicht mehr. Oh mein Gott, das war's, Kumpel. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Sie sagen, können wir nicht die Polizei anrufen? Sie sagen, nein, die werden es nicht verstehen. Das ist halt eine Mutter, ne? Die will ihren Sohn beschützen. Okay, er tut Stuhl hinstellen. Sagt, okay, wenn ich Stuhl hinstelle. Das hält doch den Tommy auch nicht auf. Oh Gott, der wird doch bestimmt Tür kaputt machen. Es ist mal Nacht zwei. Sie sagen, sie juckt es nicht. Die gucken nichts nach. Die schlafen noch mal eine Nacht da. Oh, nein, das war's. Okay, Tommy. Okay. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott, nein, 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 nein. Tommy steht auf. Ich nehme meine Decke. Hä? Ich habe keine Angst. Was guckt ihr mich so an? Hört doch auf, ihr habt doch selber eure Decke in die Hand. Okay. Tommy, sitzt auf dem Bett, macht gar nichts. Vielleicht bringt der Stuhl ja doch was. Okay. Tommy sitzt einfach auf dem Bett. Tick, er trägt wieder sein. Oh, das ist so gut. Ich kann nicht hingucken. Ey, sorry. Ja. Hör doch auf mit Jumpscare, Mann. Wieso bist du so? Gott. Kameras schwarz. Er hat die Kameras deaktiviert. Er kommt. 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 Tommy kommt. Alles klar, Tommy. Wir haben nichts getan. Nichts. Super. Geh weiter. Einfach nach Hause. Lass uns bitte in Ruhe. Wir haben nichts getan, Tommy. Okay. Er schlägt die. Er hat die. Kendis schreit. Schreit. Nein, nein, nein. Er hat die Tür auf. Oh mein Gott. Die Jungs, wacht doch auf. Er setzt erst mal Sonnenbrille auf, Bruder. Ist es dunkel? Es bringt doch gar nichts. Tommy. Ach, du heilige. Und das, wenn das vor deinem, wenn das vor deinem, wenn das vor dein Zimmer steht, das was kommt. Das, die haben nicht mag ich abonnieren. Das ist bei denen, die diesen Kanal nicht abonniert haben, wird das heute Nacht passieren. Es ist so. Heute Nacht, ich habe mich gewarnt. Abonniert den Kanal mit der Neuseite. Die Rennen. Okay. Schreie. Ja, beeilt euch, Jungs. Tommy, ah. Sie wird weggezogen. Okay, das war's. RIP. Geht doch einfach. Er hat sie. Er hat sie. Er hat sie. Sie versuchen aufzumachen. Sie gehen rein. Fenster ist auf. Der kann ja einfach rausgehen. Der ist jetzt zehn Meter lang. Er ist hier T-Shirt. Er hat sie ausgezogen. Maschallah. Jetzt geht's aber los. Der eine sagt, wir müssen sich finden. Andere sagt, ich gehe nach Hause. Gehe nach Hause. Nix da suchen. Er sagt, wir müssen jemanden anrufen. Polizei wahrscheinlich. Wir sind heimgefahren und haben Candices Schwester auf Facebook kontaktiert. Okay. Facebook, da kann nichts stimmen. Facebook immer falsch. Wir haben gesagt, dass Tommy seine Mutter genommen hat. Und wir sie nicht mehr finden konnten. Sie hat gesagt, Candice hat ihr erzählt, dass Tommy vor einem Jahr gestorben ist. Gut. Okay. Ja. Perfekt. Und damit werde ich heute Nacht und morgen Nacht nicht mehr schlafen können. Danke Leute. Dankeschön für alles. Dankeschön. Ich werde heute alle Lichter anlassen in der Nacht. Ich werde heute die Nacht durchmachen. Wer Bock hat mit mir Netflix zu gucken, schreibt mir auf Instagram. Wir gucken ein bisschen zusammen, ja? Weil ich werde heute nicht eine Sekunde schlafen können. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr neu seid. Abonnieren nicht vergessen, sonst steht dieses Tier morgen früh vor eurer Tür. Also das wollt ihr nicht, ne? Klickt hier aufs letzte Video. Das ist nicht so gruselig. Guckt es an. Ich muss gehen. Das ist jetzt da. Super klasse. Danke Leute. Danke. Wollt ihr nie wieder schlafen? Na gut. RIP schlafen. Ne. Gut. Auf Wiedersehen. Schlaf. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.